Ja hallo liebe Freunde, liebe LaveLighter, ja liebe Business Partner, mein Aufruf heute geht in die Richtung an alle die Partner, die mit LaveLight, mit den LaveLight Produkten, mit dem LaveLight Business mehr Lebensqualität erzielen wollen, aber die vor allem, die damit mehr oder überhaupt ein Einkommen erzielen wollen, ob jetzt ein Zusatzeinkommen oder ein Haupteinkommen. Es geht ja wirklich immer wieder um dasselbe. Dieses Geschäft ist sensationell, aber es passiert nichts, wenn es nichts passiert. Also es muss von dir, von euch etwas passieren. Und zwar als erstes die Frage abklären, will ich mir das antun? Was will ich erreichen? Will ich gesund, fesch und fit? Okay. Mir interessiert das Geschäft nicht, mir interessieren nur die Produkte? Auch okay. Das ist eine Variante. Herzlich Willkommen, super. Zweite Variante, möchtest du ein langfristiges Business, wo du viel Geld verdienen kannst, wo du jetzt den richtigen Zeitpunkt hast, aber wo es darum geht, eben eine Community aufzubauen, die jetzt Produkte konsumieren, die dann auch sie weiterentwickeln und weiter informieren, wie das Business, wie der Businessaufbau geht, also die in Richtung Händlerbetreuer, also wie Resellerbetreuer, nämlich nicht nur Betreuer, sondern auch Vermittler, diese zu suchen, einzupflegen und zu betreuen und damit gutes Geld zu verdienen. Also nicht jetzt mit dem persönlichen Verkauf, sondern mit der Betreuung, mit der Schulung, mit der Einpflege der Leute, die die Produkte dann vermarkten oder den Endkunden empfehlen, dass die direkt dann bei Lobbylights einkaufen. Diese drei Varianten oder wenn es so ist, dann das Edelgeschäft oder die Königsdisziplin, was ich immer sage, dann mit den Therapeuten zu arbeiten, dass man mit denen dann, wenn die einmal die Produkte kennengelernt haben, wenn die sie einmal eingearbeitet haben und sozusagen ihre Kunden dann oder ihre Patienten auf Lobbylight gebracht haben, auf Lobbylight gesetzt haben, mit Begeisterung die Produkte konsumieren, dass man denen dann helfen, ein Netzwerk im Bereich des Empfehlungsnetzwerkes, Empfehlungsnetz-Marketing usw. damit hin und organisieren, wo ein Vielfaches an Einkommen für die Partner und auch für euch dann zustande kommt, weil hier pro Partner dann nicht irgendwo 60, 65 Euro im Durchschnitt pro Monat Umsatz gemacht werden, sondern im Durchschnitt dann 600 bis 800 Euro und sogar ein bisschen mehr. Also das ist der Ansageunterschied. Aber um dorthin zu kommen, müssen wir lernen, wie das geht, Freunde. Wenn du das machen willst, super. Wenn du 10.000 Euro aufwärts verdienen willst, super. Nur geht es nicht von der Wahl. Und ich predige es ja so lange, bis auch der Letzte kapiert war. Ohne deine positive Einstellung, ohne dein Dazutun und dass du sagst, ich will das auch haben, wird es nicht funktionieren. Ich kann auch so viel predigen, wenn du am Freitag, wo wir ja die Trainings machen und den Leuten erklären, wie sie das Werkzeug dann auch einsetzen, die sogenannten Tools einsetzen, wie sie das Werkzeug für sich arbeiten lassen, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr. Aber wenn sie das nicht verstehen wollen, wenn sie dafür die Zeit nicht haben oder sich die Zeit nehmen, am Freitag zu den VIP-Partner-Trainings zu kommen, werden sie es nie lernen, werden sie nie die Sicherheit kriegen, wie sie die Produkte oder wie sie das Werkzeug, das ich jetzt zur Verfügung habe, um die Akquise und die Anbahnung und Step by Step dann die Aufbereitung der möglichen Interessenten hinzukriegen. Ich kann es nicht mehr wiederholen, nehmt euch die Zeit, die ist wichtig, weil das ist dann die innere Überzeugung, wo es dann immer die Angst hat, jemanden anzurufen, den zu fragen, Herr Magister oder Herr Mayer, Herr Müller oder Herr Heilpraktiker, darf ich Ihnen das schicken, das ist eine Sensation, Sie werden begeistert sein, das ist eine Win-Win-Situation für Ihre Patienten und für Sie. Ihre Patienten werden einen Jungbrunnen erleben und Sie werden gutes Geld verdienen und Sie haben zufriedene Patienten. Wenn ihr das nicht macht, wenn ihr euch die Sicherheit holt, dann wird es das Werkzeug, das kann nur so gut sein, eben nicht einsetzen, das weiß ich, das spielt es ja so, ne, so, daher noch einmal, ich gebe euch jetzt eine Art an unten dazu, wieder, wo ihr die, diese Tools des VIP-Programm ordnen könnt, bitte dringend das VIP-Programm ordnen, aber auch dann damit arbeiten, nämlich das VIP-Programm einzusetzen, um die Tools zu verwenden, um die Kontakte zu machen, um die Kontakte aufzubereiten, das ist das Wichtigste überhaupt, sonst sind die, diese ganzen Tools, für die Welt, also umsonst, und ihr seid dann frustriert, und ihr müsst, ich schreibe es eh immer wieder, findet dein Warum, denkt, setzt ihr mich hin, oder setzt ihr mich hin, auch noch gerade, und denkt, warum sollen wir das auch tun, wie schaut die Zukunft aus für mich, wenn ich das jetzt nicht mache, das, sagt euch das einmal im Kopf, im Kopf marschieren, so, was passiert, wenn ich das, wenn ich nichts tue, wir sind das gesehen dann, so, die Zeiten werden nicht besser, das schreibe ich eh immer wieder, die Einkommen werden nicht besser, die Probleme mit den Terminen, und zu den Terminen zu kommen, wird immer, daher haben wir uns entschlossen, ja, auf das Long Distance Business, mit Videos, mit Filmen, mit allem, was man uns zur Verfügung stellt, um euch zu helfen, das Geschäft aufzubauen, ohne, dass ihr tausende Kilometer fahren müsst, ohne, dass ihr immer wieder zu den Meetings vor müsst, und hinten sitzen, und juhu, super, nein, brauchen wir alles nicht mehr, wenn ihr die Werkzeuge verwendet, aber ihr müsst die Leute dann auf die Konferenzen bringen, auf die Online-Konferenzen, auf die Online-Meetings, auf die Online-Trainings, und selbst auch auf die Online-Trainings kommen, jeden Montag mit den neuen Leuten, jeden Freitag, um sich selbst weiter fit zu machen, um dann die Werkzeuge mit Freude einzusetzen, und natürlich auch immer wieder darauf erinnert zu werden, das ist mein Warum, eh, mein eigenes Warum, wenn ihr das nicht in euch drinnen habt, wird es nicht funktionieren, vielleicht ein bisschen, ja, Produkte, ja, okay, aber alle, die das nicht begehend haben, um was es hier geht, hier geht es um Schwingungen, hier geht es um die positive Schwingung, nicht nur die Information für die Zellen, sondern wenn du nicht in der positiven Stimmung bist, kannst du keine positiven Schwingungen weitergeben, und wenn du die positiven Schwingungen nicht weitergibst, werden sie auch nicht zurückgekommen, und da wirst du auch nicht die Leute finden, die jetzt ansprechbar sind, die empfänglich sind für diese positiven Schwingungen, für diese Liebe, die wir ausschicken, wenn es tut das nicht in dir, dann funktioniert das nicht, mit dem Hype, 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 es ist alles nur ja, momentan, und das sagt, wie der Zaun soll, wie der Unser machen wieder was, also, wenn du dieses Geschäft mit, mit, wirklich mit Gefühl, mit Einfühlungsform, mit Gefühl, und mit einer positiven, mit positiven Gedanken, und positiver Aussteuerung angehst, dann wird daraus ein positives, gutes Geschäft. Es ist sowas von einfach, alle, die es nicht kapieren, sollen die Stehlosen haben keine Chance. Wenn du mit diesen Produkten, mit der Philosophie, die da dahinter steht, wenn du nicht bereit bist, die aufzunehmen, und mit der zu arbeiten, wirst du nicht den Erfolg haben. Und es ist sowas von einfach, das einfachste Geschäft, was ich kenne, wenn man es richtig macht. Also, Produkte sind sensationell, verwende es, mir tun es gut. Ich weiß, wenn du es verwendest, es wird dir helfen. Du wirst ein besserer Mensch werden, du wirst mehr Freude haben am Leben, du wirst positivere Aussteuerung haben. Und das geht es ja auch, die positiven Schwingungen, die Aussteuerung, das ist es, was dieses Produkt, oder was diese Produktpalette kann. Es ist ja bald wurscht, was du auch immer nimmst, und was du sprühst, ist dir fast schnurzigal. Hauptsache, du verwende es aus, so, und gehen wir, das ist es, und den Nächsten, den Nächsten, den Nächsten, dann funktioniert das. Es ist so einfach. Aber du musst auf dem, ins Tal der Sonne gehen. Nicht im Jammer-Tal sein, und ja, und das ist schon, ich habe so viele Leute in meinem Leben schon auf den Weg gebracht, aber das erste, ja, aber so einfach ist es nicht. Du tust immer so, das ist so, als wenn es so leicht war. Es ist so leicht. Aber solange die Person, die das sagt, das sagt, ist sie negativ. Es ist ja schon schwer, ich kann das ja nicht. Um Gottes Willen, was ist da schwer, wenn ich jemanden arbeite, der mit den Produkten arbeiten möchte, der das nur noch nicht weiß. Wenn ich sage, Herr Heilpraktiker, oder was auch immer, wir haben hier wirklich ein tolles, tolles, tolles Produkt. Es geht um Jungbrunnen, die müssen es verwenden, und müssen es ihren Partnern, oder ihren Patienten einmal mitkommen, sie werden sehen, was damit möglich ist. Und wenn das Leute sind, die im Energiebereich, im energetischen Bereich tätig sind, die springen ja so, was energetisch? Oh, ja, das möchte ich wissen. Was Neues? Okay, her damit. Das ist nicht irgendein Saft, oder irgendein Vitamin, oder sowas. Da geht es um die Schwingung. Das ist das Wichtigste, die Information, die Schwingung. Das ist es. Ihr könnt es ausprobieren, macht es einmal mit dem Zitronentest. Ein Glas, zwei Gläser, Zitronen eine, da Zitronen eine, zwei Meter Entfernung, das zudecken, mit Poppendeckel, und dann nur das Glas besprühen. Bitte, nicht oben eine, ums Glas, rundherum besprühen, aber zudeckt lassen. Lass fünf Minuten stehen, und dann trinkst du es, das jetzt, was nicht besprüht ist, außen besprüht, und dann trinkt das andere. Du wirst sehen, das. Die Urinformation, für die Zitronen, kommt von außen, durch das Glas. Das muss man sehen. Das muss man sich vorstellen. Dann weiß man, wo Verschwingung ist. Und das kann man, das versteht der Blöderste da, das hätte nicht geklappt. Es ist so einfach. Warum? Die Urinformation, ist da drin, die Zitronen, das sind so ein paar Menschen, wo sie das Geweif, abnimmt, und aufmacht, und reinpresst, die ist nicht sauer. Die wird erst sauer, wenn sie irgendwo in der Kiste aufeinander liegt, und nach einem halben Jahr ist sie ja natürlich sauer. So, wenn sie jetzt die Information wieder kriegt, das Gedächtnis hat sich, da, das liegt, und das muss man mal probieren. Also, wow, das stimmt, das geht wirklich. Das ist die Kraft der Information, und die Schwingung. Und daher geht es auch in unseren Körper blitzschnell hinein. Einsprühen, Schwingung ist da, positiv so. Und wenn sie zwei Jahre lang immer wieder besprüht, wird die aus dem größten Grandschirm, wird die Farme ein freundlicher, netter Bursche, oder eine tolle, nette Persönlichkeit. Mit einer Ausstrahlung, mit einem Karma, und so. Und die Farme hat sehr Erfolg, diese Person. Aus einem Grandschirm kann ein freundlicher Mensch werden. Und das ist das, was ich liebe, ja, es hängt alles zusammen, das alles ist irgendwo in Verbindung. Und das ist das, warum ich mir noch einmal, mit 3,7 Jahren, halbjahr, noch einmal in das reingehe. Weil das noch um einen Quantensprung interessanter ist, besser ist, wie die chinesischen Kräuter aus 4.000 Jahren Erfahrung nach DCM. Das ist für mich die Sensation, dass man das entdeckt hat. Das hat es ja schon lange gegeben. Nur hat man es jetzt entdeckt, wie es funktioniert. Und wie man das, wie man das ganz einfach ansetzen kann. Hat er ja dann, die war auch jahrelang, geforscht, über 20 Jahre, geforscht. Und dann hat er es entdeckt. Das hat es ja schon gegeben. Er hat es nur jetzt entdeckt, oder wiederentdeckt. Und jetzt kann man das, jetzt einsetzen, um die Menschen freundlicher zu machen, um die Menschen erfolgreicher zu machen, weil sie positiv drauf sind. Und wenn du glaubst, du musst weiterer Kranzschirm bleiben, dann helfen dir die Produkte ja nicht, wenn du das nicht konsumierst. Aber wenn du den Wunsch hast, ein positiver Typ zu werden, ein positiver Mensch zu werden, und mit Lovey Lights Erfolg haben willst, du brauchst ja nicht große Veranstaltungen machen, mit 1.000 Leuten drin, und dann arbeiten sie. Und die ganzen Ender-Tender-Typen-Debatten. Jeder kann das machen. So wie wir, so wie ich das organisieren, das ist dezentral. Kann man sagen, mit Bitcoin, jeder macht es auch. Das ist auch dezentral. Nicht irgendwo hinfahren, drinsitzen, sondern für jeden Internet-Talk, der startet, der braucht nichts anderes, einen Laptop, oder einen Computer, mit einer Kamera, und ein Handy. Und er kann das Geschäft machen. Und zuerst aufbauen, positiv drauf sein, so Schritt für Schritt. Und wie das geht, Schritt für Schritt, das können wir dir zeigen. Heute hast du noch die Möglichkeit, am Donnerstag, im VIP-Programm, ich schreibe es unten dazu, anmelden. Kostet irgendwo 60 Euro, oder 66 Euro. So, dann heißt, kriegst du es für dich, für deine Person programmiert, und du kannst dich gleich ein Recht für morgen gleich anmelden, und dann erklären wir dir morgen, aber du musst die Heiden anmelden, dann erklären wir dir morgen, wie das funktioniert, wie du mit dem VIP-Programm arbeiten kannst. Es erleichtert dir. Du brauchst das gar nicht, du kannst das ja auch gar nicht erklären. Wie willst du jetzt jemanden, der 100 Kilometer entfernt ist, jetzt das Produkt erklären, oder die Philosophie von den Produkten erklären? Funktioniert ja nicht. So viel Zeit gibt er dir ja gar nicht. Also du brauchst ein Werkzeug dazu. Du brauchst ein Medium, ein Video, oder Informatisierung, also ein, wie man sagt, ein Tool, ein Anbahnungstool, ein Quizetool. Und ohne das funktioniert es nicht. Aber, wie gesagt, wenn du das eh weißt, wie es geht, und das Tool nicht verwenden willst, dann brauchst du das nicht, dann kannst du das nicht, dann kannst du das nicht, dann am Freitag oder morgen auf das Training kommen, wo wir dir erklären, wie das funktioniert, wie es das einsetzt, ganz einfach nur, Namen, E-Mail, wegschicken, fertig. Aber vorher, hey, anrufen, darf ich schicken, ist interessant, ja. Das ist so einfach. Das kann wirklich jeder Depp. Wirklich, das kann jeder. Er muss es nur wollen. Du brauchst keine Ritur, ich habe gar nichts. Anrufen, darf ich nur nicht schicken, jawohl, okay, ist interessant, schicke ihn, mach aber gleich einen Termin aus, zwei, drei Tage später, dann sagen wir, okay, wenn es für sie passt, dann reden wir drüber, wenn nicht, sagen sie mir, nein, ist nichts, okay, ist ganz, ich ruf sie am Dienstag um 18 Uhr oder um 17 Uhr noch einmal aus, dann sagen sie mir, passt oder passt nicht, okay, danke, tschüss. Dann schaut ihr sich das Video oder schaut ihr sich das an, was geht, weil es ist eine Reigerung. Ich habe mir nicht gesagt, um was soll es gehen. Aber wie das funktioniert, was man alles macht, das erkläre ich den Leuten, denen, die das WIP-Programm haben, die, die bei uns im System sind, in der DWC im Profi-Team und das WIP-Programm haben. Also, heute noch das WIP-Programm ordern, das ist eine Mickey Mouse Investition, du hast ein super, super Werkzeug, das kannst du anstatt fast verringen und dann hast du die Möglichkeit, nur dann hast du die Möglichkeit, am Donnerstag anzuwenden auf der Seite, dann kriege ich es am Freitag hereingeholt, eingeladen, nur denen, die das haben, denen, die trainieren wir für dieses Programm, sonst wäre es ja sinnlos, wie können wir nicht trainieren, als das Programm nicht hast. Also, ich freue mich, wenn du dich heute noch anmelden wirst, für das WIP-Programm und vor allem, dass du morgen positiv eingestellt bei dem Programm, beim Training, beim WIP-Training dabei bist. Alles Liebe, Tschüss, Baba.